Du suchst nach einem VPN? Dann habe ich hier einen Überblick über einige der besten und bekanntesten Anbieter. Ich vergleiche NordVPN versus Surfshark versus ExpressVPN versus CyberGhost und zeige dir, was jeder Einzelne von ihnen zu bieten hat, damit du den besten für deine Bedürfnisse auswählen kannst. Ein VPN ist in erster Linie ein Tool zum Schutz deiner Privatsphäre im Internet. Wenn du ein VPN benutzt und zum Beispiel im Internet surfst, läuft dein Internetverkehr über VPN-Server. Aber woher kommt die Sicherheit, dass sie deine Daten nicht für ihre eigenen Zwecke oder sogar gegen dich verwenden? Tja, zunächst mal wird dein Datenverkehr während des gesamten Verbindungsprozesses verschlüsselt. Auf diese Weise können Dritte nicht darauf zugreifen. Der zweite Punkt, auf den du achten solltest, ist die No-Logs-Politik, die alle hier aufgeführten Best-VPN-Kandidaten zu haben behaupten. Das allein kann deine Privatsphäre aber noch nicht garantieren. Deshalb gibt es zusätzlich RAM-basierte Server, die Daten von Haus aus nicht auf Dauer speichern können. Und zusätzlich haben alle vier VPN-Anbieter unabhängige Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Es gibt also mehr als nur das eigene Versprechen, wenn es um Datenschutz und Sicherheit geht. Also ja, sie alle sind sicher, aber trotzdem wird es ja ein paar Unterschiede geben, oder? Korrekt. Es gibt ein paar unterschiedliche Kleinigkeiten. Zum Beispiel ist Surfshark der einzige Anbieter, der in einem Nine-Eyes-Land ansässig ist. In Anbetracht ihrer Datenschutzmaßnahmen würde ich aber trotzdem sagen, dass das nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. CyberGhost oder ExpressVPN sind leider etwas zwielichtig unterwegs, wenn wir über Sicherheit sprechen, weil sie zu Cape Technologies gehören, das ja bekanntlich in Gerüchte über die Verbreitung von Malware verwickelt war. Allerdings haben sie daraufhin in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen ergriffen, um zu beweisen, dass sie sicher sind und auch weiter sicher arbeiten. Dazu gehören Audits, Bug-Bounties und Transparenzberichte. Ziemlich ordentlich also. Jetzt, wo du mit dem Datenschutz und der Sicherheit vertraut bist, wollen wir mal sehen, wie sie im direkten Vergleich abschneiden, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Wenn wir uns die langfristigen Tarife ansehen, läuft das Battle um das günstigste VPN zwischen NordVPN und Surfshark, wobei CyberGhost nicht sehr weit dahinter liegt. ExpressVPN hingegen kann nicht wirklich mithalten und ist demnach die teuerste Option. Und übrigens, wenn man spezielle Rabattcodes anwendet, kann man oft noch bessere Deals für jedes VPN bekommen. Da sich diese Deals bzw. Angebote recht häufig ändern, habe ich die besten stets aktualisierten Links in der Videobeschreibung für dich zusammengestellt. Und vergiss nicht, dass alle diese Anbieter eine Geld-Zurück-Garantie anbieten, dank der du diese Anwärter auf das beste VPN risikolos ausprobieren kannst. Aber welche Option hat das, was du brauchst und bietet dir den besten Gegenwert für dein Geld? Es gibt eine Menge Dinge, die den Wert ausmachen und eines davon ist Leistung. Okay, welches ist das schnellste VPN unter diesen vieren und gibt es eins, das negativ auffällt? Um das herauszufinden, habe ich meine ganz eigenen persönlichen Tests durchgeführt. Für jeden Anbieter habe ich die jeweils schnellsten Protokolle verwendet und die Geschwindigkeiten an drei verschiedenen Orten getestet. Wie du siehst, liegt meine Basisgeschwindigkeit bei 300 Mbits und bei einem Test auf britischen Servern zeigten diese drei Optionen ähnliche Ergebnisse. Leider hatte CyberGhost hier das Nachsehen, während die Konkurrenten etwa 90% der Ausgangsgeschwindigkeit erreichten. Und obwohl ich bei keinem dieser Anbieter Probleme beim Surfen hatte, muss ich sagen, dass CyberGhost in Sachen Geschwindigkeit einfach nicht mit den anderen drei Anbietern mithalten kann. Vor allem nicht mit Surfshark und NordVPN. An weiter entfernten Standorten waren die Geschwindigkeitseinbrüche bei allen vier etwas deutlicher, aber auch das hat mein Surfen überhaupt nicht beeinträchtigt. Und CyberGhost schneidet an weiter entfernten Orten sogar ganz ordentlich ab. Bedenke immer, dass die Geschwindigkeit von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, sodass man hin und wieder verschiedene Ergebnisse erhalten kann. Im Allgemeinen sollte die Geschwindigkeit aber in etwa gleich bleiben. Leistung ist wichtig, ja. Aber welche Funktionen können unsere Kandidaten bieten? Zum einen bieten alle diese Best-VPN-Anbieter gut funktionierende Sicherheitsfunktionen. Es ist bei allen einfach, sich mit einem Server zu verbinden und den Standort zu finden, den man braucht. Darüber hinaus sind alle wichtigen Funktionen am Start. Für Windows gibt es Split-Tunneling und alle Apps haben automatische Verbindungseinstellungen plus mehrere Verbindungsprotokolle. Ich habe natürlich auch die Kill-Switches getestet, die meinen Internetzugang sofort unterbrechen, wenn etwas mit meiner Verbindung schiefläuft. Sehr gut. Es gibt aber einige Unterschiede, wenn wir über die Kernfunktionen hinausschauen. Zunächst mal haben alle diese Anbieter eine unterschiedliche Anzahl von Servern an verschiedenen Standorten im Repertoire. Überraschenderweise hat CyberGhost die meisten Server und deckt zusammen mit Surfshark auch die meisten Länder ab, womit diese beiden mit die besten VPN-Optionen für das Streaming ausländischer Inhalte sind. Und wie sieht es mit Funktionen zum Schutz der Privatsphäre aus? Hier ist NordVPN am stärksten. Ich habe eine Double-VPN-Funktion gefunden, mit der ich mich mit zwei VPN-Servern gleichzeitig verbinden kann. Für maximale Anonymität gibt es dann noch den Onion-Over-VPN-Spezial-Server, der deine Verbindung erst über einen VPN-Server und dann über mehrere verschlüsselte und zufällige Knotenpunkte leitet, bevor sie das gewünschte Ziel erreicht. Das macht es fast unmöglich, deine Aktivitäten zu verfolgen. Bei der Suche nach weiteren Möglichkeiten, anonym im Internet zu bleiben, muss ich auch erwähnen, dass alle diese VPNs mit Ausnahme von CyberGhost über Funktionen zur Verschleierung des Datenverkehrs verfügen. Dadurch erhältst du von überall aus uneingeschränkten Zugang zum freien, unzensierten Internet. Okay, aber wieder zurück zu den alltäglichen Dingen. Was, wenn du ein VPN brauchst, das auch Werbung blockiert, während du surfst? Tja, das ist möglich, zumindest bei drei der vier Anbietern, auf die ich heute detailliert eingehe. Der Einzige, der es nicht kann, ist ExpressVPN. Allerdings verfügt es hingegen über die Funktion Threat Manager, mit der Tracker und verdächtige Websites blockiert werden können. Das Clean Web von Surfshark funktioniert auch sehr solide, wenn es darum geht, lästige Werbung loszuwerden. Der Threat-Schutz von NordVPN kann ebenfalls Werbung entfernen und zusätzlich erkennt er Malware, sobald sie heruntergeladen wird und beseitigt sie sofort. Das ist dann ja schon fast wie bei einem vollwertigen Antivirus. Ziemlich cool. CyberGhost VPN hat in diesem Zusammenhang eine Funktion mit einem etwas verwirrenden Namen, Content Blocker. Aber keine Sorge, sie blockiert nur Werbung und keine Inhalte. Außerdem gibt es hier dann noch zusätzliche Buttons, um bösartige Websites und Tracker explizit zu blockieren. Bei meinen Tests konnten Surfshark und NordVPN aber viel mehr Werbungen erfolgreich blockieren, als der Werbeblocker von CyberGhost. Ach ja, ich habe ja schon erwähnt, dass NordVPN fast einen vollwertigen Virenschutz hat. Aber auch Surfshark VPN hat da etwas in Petto. Das Surfshark One-Paket enthält nämlich ein Antivirenprogramm, das sogar auch schon von AV-Test geprüft wurde. Der einzige Nachteil hierbei ist, dass dieses Paket extra kostet. Aber auch hier gibt es ja zum Glück unsere Rabatte, die du wie gesagt in der Videobeschreibung findest. Okay, nächster Schritt. Was ist, wenn wir die Funktionen von ExpressVPN mit denen von NordVPN vergleichen? Express ist schon wie erwähnt das teuerste der vier Pakete, also muss es ja eigentlich etwas wirklich einzigartiges oder eine lange Liste von Funktionen ähnlich wie die von NordVPN haben, oder? Naja, tatsächlich nicht wirklich, denn es hat leider nicht sehr viele Funktionen im Angebot. Aber es hat immerhin etwas, was die anderen drei nicht bieten können, nämlich eine Kontrollfunktion für Router-VPNs. Also ganz ehrlich, wenn du ein VPN auf deinem Router einrichten willst oder musst, ist ExpressVPN die richtige Wahl. Nach der Ersteinrichtung konnte ich mit der Funktion für Gerätegruppen nicht nur die Standorte ändern, sondern auch jedem Gerät einen anderen zuweisen und es gibt kein anderes VPN, das so etwas kann. Leider ist CyberGhost VPN ein Kandidat, der nichts wirklich einzigartiges bieten kann, wobei abgesehen von den No-Spy-Servern, die es extra gibt, auch wenn sie nicht im Basis-Abo enthalten sind. Letztendlich gibt es also viele VPNs, die dich online ganz gut schützen können, aber es gibt eben auch Anbieter wie NordVPN und Surfshark, die noch einen Schritt weiter gehen, indem sie viele zusätzliche Funktionen einbauen und nie aufhören, innovativ zu arbeiten. Die Frage ist also, ob ein einfacher Online-Schutz für dich ausreicht oder ob du mehr brauchst. Und nur ganz kurz am Rande, wenn dir dieses Video über die besten VPNs gefällt und du mehr aktuelle Cyber-Security-Inhalte in deutscher Sprache sehen möchtest, dann abonniere sehr gerne ganz nebenbei einfach unseren Kanal. Alright, als nächstes wollen wir die Kompatibilität überprüfen. Alle vier dieser besten VPNs haben die wichtigsten Apps, Windows, macOS, iOS und Android im Programm. Es gibt zwar einige Unterschiede bei den Funktionen, aber alle App-Versionen funktionieren gut und ich habe keine größeren Probleme entdeckt. Natürlich gibt es aber immer persönliche Vorlieben. Welcher Anbieter gefällt mir am besten, wenn ich NordVPN mit ExpressVPN vergleiche? Um ehrlich zu sein, hat NordVPN für mich da die Nase vorn. Ich persönlich finde ja, dass Landkarten-Interface zusätzlich zu einem Dropdown-Minute, sehr praktisch, auch wenn es dazu geteilte Meinungen gibt. Ich hinterlasse gerne unten mal einen Kommentar mit deiner Meinung. Ist das Karten-Interface für die Serverauswahl notwendig oder steht es wichtigeren Dingen eher im Weg? Was ist deine Meinung? Allerdings bin ich auch überzeugt von der ExpressVPN-App. Sie hat ein tolles Layout und ich hatte noch überhaupt keine Performance-Probleme. Allerdings ist die ExpressVPN-Browser-Erweiterung keine eigenständige Anwendung, sondern wird zur Steuerung der Hauptanwendung nützlich. Wenn du also einen Download verhindern möchtest, sind das keine guten Nachrichten für dich. Im Vergleich dazu haben Surfshark, NordVPN und CyberGhost alle eine eigenständige Browser-App. Ich muss allerdings auch darauf aufmerksam machen, dass die Windows-App von CyberGhost zwar gut aussieht und sich ganz gut anfühlt, aber etwas mehr Feinschliff vertragen könnte. An manchen Stellen konnte die App keine Verbindung zum ausgewählten Server herstellen und es gab keine Möglichkeit zu erkennen, was der Grund dafür war. Wird die Verbindung aufgebaut? Ist sie fehlgeschlagen? Oder wurde die Zeit überschritten? Keine Ahnung. Außerdem werden in der Suchleiste nur die Länder und keine Städte angezeigt. Naja, die Städtenamen tauchen erst auf, wenn man die Serverliste eines Landes öffnet. Ein weiterer Punkt, den du bei der Kompatibilität im Auge behalten solltest, ist die Gerätebeschränkung. Surfshark VPN ist hier der klare Gewinner, da es schlicht und ergreifend keine Begrenzung hat, wie viele Geräte du mit einem Abonnement nutzen kannst. ExpressVPN hingegen hat ein Limit von 8, NordVPN von 6 und CyberGhost ist auf 7 gleichzeitige Verbindungen beschränkt. Wenn es also um die Kompatibilität geht, sollte man sich für Surfshark entscheiden. Okay, lass uns jetzt natürlich auch noch kurz auf Streaming eingehen, denn schließlich ist das für viele einer der Hauptgründe, ein VPN zu nutzen. Um zu sehen, wie die einzelnen Anbieter beim Streaming abschneiden, habe ich einige Nachforschungen angestellt und auch meine eigenen Tests durchgeführt. Was den Zugriff auf Inhalte angeht, haben alle Anbieter ziemlich gut abgeschnitten. Die Nutzung von ExpressVPN verlief in diesem Kontext am reibungslosesten mit nur sehr wenigen Problemen. Surfshark und NordVPN sowie CyberGhost haben ebenfalls auf Inhalte zugegriffen. In der Regel musste aber häufiger der Server gewechselt oder der Cache geleert werden. Positiv ist, dass wenn die Verbindung dann einmal erfolgreich hergestellt wurde, alles reibungslos funktioniert. Ich musste auch keine Pufferungen erleiden, wenn ich mit einem der vier VPNs verbunden war. Im Großen und Ganzen solltest du also mit keinem dieser Anbieter großartige Probleme beim Streaming bekommen. Ich würde mich jedoch für Surfshark und CyberGhost entscheiden, da sie von allen VPN2023 Optionen, die ich bisher getestet habe, einfach auf die meisten ausländischen Bibliotheken zugreifen können. Wenn es um Torrenting geht, habe ich allerdings eine andere Präferenz, da würde ich mich für NordVPN entscheiden. Neben den spezialisierten P2P-Servern bietet es auch einen kostenlosen Sox5-Proxy. Im Vergleich zu anderen Proxys überträgt dieser Daten in kleineren Paketen, sodass der Torrent-Prozess insgesamt etwas schneller wird. Obwohl ich auch mit ExpressVPN und Surfshark keine Probleme beim Torrenting hatte, war es einfach nicht so schnell wie NordVPN. Mit CyberGhost hingegen hatte ich ein kleines Problem beim Torrenting. Obwohl CyberGhost über spezielle P2P-Server verfügt, habe ich festgestellt, dass die Download-Geschwindigkeiten nie über 40 Mbits lagen. Möglicherweise wird hier also irgendwie gedrosselt, um Bandbreiten-Kapazität ihrer Server zu schonen oder so. So, das war er also. Mein ausführlicher NordVPN vs. Surfshark vs. ExpressVPN vs. CyberGhost Vergleich. Da dieser Test insgesamt recht langatmig war, fassen wir die Dinge nochmal kurz zusammen. Welches ist also das beste VPN in diesem Test? Wenn du ein schnelles, sicheres und günstiges VPN mit den meisten Funktionen für deine Online-Sicherheit suchst, dann ist NordVPN deine Wahl. ExpressVPN ist eine gute Wahl, wenn du ein Router-VPN brauchst, auch wenn es ein bisschen teurer ist als die anderen drei. Surfshark ist eine günstige und vielseitige Alternative und CyberGhost schließlich ist ein gutes, einfaches VPN für Einsteiger zu einem günstigen Preis. In diesem Sinne, auf eine gute Zeit mit deinem VPN, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.